Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Sie sich beim Ohrenreinigen mit Wattestäbchen richtig wehtun? Kein Wunder, Wattestäbchen verdrängen die Ohrablagerungen nur nach innen. Und wenn Sie dann nachbohren, können Sie sich gefährliche Verletzungen am Mittelohr zuziehen. Deshalb raten HNO-Ärzte auf der ganzen Welt vom Gebrauch von Wattestäbchen ab. Tun Sie sich und Ihrer Familie das nicht mehr an. Jetzt gibt es einen herrlich sanften, angenehmen Weg, Ihre Ohren nach der Dusche perfekt zu säubern und zu trocknen. Ganz ohne Gefahr und ohne Risiko für Ihre ganze Familie. Wir präsentieren Ihnen Dr. Weck, das perfekte Gerät, um Ihre Ohren von allen Ablagerungen und Partikeln zu befreien. Und zwar blitzschnell und auf gesunde, schonende Art. Sie kennen das. Nach dem Baden oder Duschen bekommt man plötzlich das Wasser nicht mehr aus dem Gehörgang. Das ist sehr unangenehm und führt oft zu schmerzhaften Ohrenentzündungen. Mit Dr. Weck kann Ihnen das niemals passieren. Der patentierte Elektromotor erzeugt eine ganz sanfte Sogwirkung. Damit saugt Dr. Weck alle Ablagerungen und auch Flüssigkeiten aus Ihrem Ohr. Und zwar absolut angenehm und vollkommen gefahrlos. Einfach nach der Dusche den weichen Silikonaufsatz auf den Dr. Weck stecken, einschalten und der Rest geht praktisch von ganz alleine. Dr. Weck ist ganz einfach anzuwenden. Und seit ich ihn benutze, habe ich das Gefühl, ich höre viel besser. Dr. Weck hat den aufsteckbaren Sicherheitsaufsatz. Damit ist garantiert, dass Sie niemals zu tief ins Ohr eindringen. Dr. Weck läuft in der Anbindung ganz leise. Hören Sie mal. Und Dr. Weck hat auch eine eingebaute Orthoskoplampe, damit Sie auch bei Ihren Familienmitgliedern immer alles im Blick haben, wenn nötig. Und nach der Anwendung einfach den Dr. Weck Behälter abschrauben, mit warmen Wasser ausspülen. Das war's. Dr. Weck kommt im Set mit achtfarbigen, super weichen Silikonaufsätzen für Ihre ganze Familie. In den USA vertrauen schon Millionen von Menschen auf Dr. Weck. Und alle sind begeistert. Dr. Weck sollte auch in Ihrem Bad nicht mehr fehlen. Holen Sie sich Ihren Dr. Weck jetzt!